hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren video hier auf meinem kanal wir spielen heute wieder pokémon revolution online und ich weiß gerade gar nicht wo wir ach wir sind in der neuen stadt stehen geblieben gut ja okay läuft wir wollen natürlich in die arena psycho pokémon gibt es ja hier drin okay es ist ja dieses ich muss mal ganz kurz ein bisschen hintergrundmusik anmachen hier so es ist dann zu ruhig für mich wir wollen uns den nächsten orden holen um natürlich in die pokémon liga einzutreten so das erste pokémon ist gleich down läuft bei uns ui da tauschen wir natürlich gleich mal auf glurak wir benutzen direkt dragon rage das macht nicht so viel schaden schade glut feuerwirbel hier flammen dingsbums und nochmal slash ember kommt dafür weg so den ersten hammer haben wir heiltränk was ist das ok keine ahnung was das ist aber ich danke euch von pokémon revolution online ok die grafiken haben sich etwas verändert sehe ich gerade läuft mal den chat mal ausblenden hier so hypno na ob wir den down kriegen ne schade dann wechseln wir direkt wieder zu klurak unserem stärksten pokémon und einmal dragon rage oh das macht nicht wirklich viel schade da versuchen wir jetzt einfach mal das ja gut unser glurak ist hinüber das ist nicht sehr schön wow wie stark sind die denn hier bitteschön ja läuft erst mal ins center wieder heilengehen da müssen wir uns merken neben dem komischen typen dort so wir versuchen uns natürlich gleich weiter ist ja nicht so dass ich den ort nicht gewinnen möchte so irgendwie janine hammer die ist auch janine die hier sind alle janine warum ist euch keine namen mehr eingefallen läuft oh die machen die schaden ich hätte mir noch ein paar tränke kaufen sollen scheiße schon wieder oh das body slam ha du bist paralysiert sehr schön ja auch gleich wieder ein level abbekommen so muss es sein und wir sind down gegangen wir gehen direkt aufs nächste pokémon und body slam und body slam ach nee das zieht doch wieder so viel ab komm du bist paralysiert komm du bist paralysiert die attacke geht daneben sehr schön nein die attacke geht daneben scheiße dann greifen wir mit noktu an ich glaube mit geist pokémon komme ich hier am besten an wenn mich nicht alles täuscht ich habe aber habe ich da eins keine ahnung äh hier extra dingens und das zieht ja überhaupt nichts aber wir machen es trotzdem nochmal denn dann muss da down sein ach wieso war mir das so arschklar ähm power 75 power 35 hier das da oi das macht gut schaden und wir sind down dann kommt uns einfach mal pikachu dran und zwar das da oben ja wollt ihr mich denn ich habe nur noch ein pokémon äh giga impact yes yes you guys can move on the next turn das da weg rollout noch was das da weg So, ja also wieder heilen gehen. Die sind etwas stärker als erwartet. Achso, wir wollten nochmal gucken, ob man Geist Pokémon haben. Ähm, ah, Level 22. Das würde uns nicht viel bringen. Äh, ne, wir gucken erstmal hier unten nach, was es hier unten gibt. Wenn man irgendwann mal raus ist. Okay. Gibt es wieder Pokémon Trainer. Wir versuchen uns erst den Orden zu angeln. Denn, ja, es soll ja Spaß machen. Wie viel Orden haben wir überhaupt? Vier, das wäre dann der fünfte. Gut, dann ist das dort die richtige. Ha, dann bin ich mal gespannt, ob wir jetzt hier durchkommen. Wir versuchen mal diese neue Attacke. Holy, macht die viel Damage. Und wir sind down. Haha, ist ja nichts Neues mehr hier. Äh, hier, Klurak. Und Flame Burst. Oh, ein A-Bock. Ach, den kriegt man doch locker down. Bitte was? Wieso nur so wenig? Holy, wie stark ist das denn? Ja, komm, ey. Oh, hat nicht mehr viel gefällt. Äh, warum habe ich gegen die Eide gekämpft, wenn ich gleich hätte hier durchwandern können? Welche ist denn jetzt die richtige? Die oder die? Wir gehen uns auf jeden Fall erst nur nochmal heilen. Das macht mich jetzt ein bisschen stutzig hier. Die hätten es ruhig mal eine Runde markieren können. So, ob man das heute noch bis dahin schaffen, das ist so die Frage. So, mittlerweile kennen wir den Weg ja auswendig. Oh, das scheint so zu sein. Ähm, Buddy Slam. Hier, dieses Rollout. Äh, alles klar. Und wir sind down, läuft. Direkt Pikachu, weil das so eine Art Fledermaus ist. Da haben wir ein bisschen mehr Chancen damit. Ähm. Das ist der Elektroball. Komm, mach's down. Ja, ernsthaft? Ja, ernsthaft? Äh. Ja, gut. Das wird wohl doch nicht so einfach. Wir sind down. Wir haben ja nicht mal das erste Pokémon von der besiegt. Und die macht uns hier eiskalt platt. Die führt uns hier eiskalt vor. Das kann doch nie sein. Und warum sind da ihre Fischer mal als erstes dran? Oh, jetzt haben wir das erste down gekriegt. Schießt mich doch nicht ab, ey. Ernsthaft? Ist das, ist das Smogmog oder Smog? Nee, Smogmog ist das. Smogern war ja die Vorentwicklung. Wir haben gerade mal zwei Pokémon down gekriegt von der, und die von uns schon vier. Das ist peinlich. Noch mal so ein Ding. So, jetzt noch mal 44. Das ist ein Käferfisch. Ja, und die greift als erstes an. Schön. Ja, da haben wir verloren. Schade. Aber gut, das war es auch heute schon mit der Folge. Ich werde vielleicht Ostklin ein bisschen trainieren, oder ich mache das in der nächsten Aufnahme. Mal schauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Lasst Kommentare da. Und ich hoffe, wir sehen uns zum nächsten Video. Bis dahin. Bleibt entspannt. Genießt den Tag. Und bye, bye. Tschüss. 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 Vielen Dank.